Das Sandberg-Modell ist eine Möglichkeit, Kulturen mithilfe einer Dünenmetapher zu beschreiben. Es ist in drei Schichten aufgebaut. Die erste Schicht ist die Kann-Schicht. Hier liegen neuartige Konventionen, die noch eine geringe Verbindlichkeit haben. Sie etablieren sich nur gruppen- oder kontextspezifisch und sind meist für kurze Zeit anzufinden. Wie der Flugsand an der Düne können sie jederzeit weggeweht werden und es lässt sich kaum erkennen, welches Sandkorn sich in den bestehenden Berg integrieren wird. Die zweite Schicht ist die Sollschicht. Hier finden sich allgemeingültige Verhaltensregeln oder gruppenspezifische Traditionen und Rituale. Durch ihre starke Konventionalisierung sind diese Kulturteile tief verankert und kaum beweglich. Die Schicht entspricht also der festen Dünenoberfläche. Die dritte Schicht ist die Muss-Schicht. Das Fundament einer Kultur bilden die Gesetze, die moralischen Grundwerte und die natürlichen Umweltbedingungen. Aufgrund ihrer langen Entstehungsgeschichte weisen sie die niedrigste Flexibilität auf und werden oftmals als Norm angenommen. Damit sind sie vergleichbar mit dem Boden eines Sandbergs, auf dessen jahrhundertealter Sandschicht allmählich eine Düne herangewachsen ist. von einem Untertitelung des ZDF, 2020